Zu wem habt ihr bei der EM gehalten? Deutschland, Spanien oder doch Italien? Ein ganz besonderes Projekt zu diesem Thema wird gerade am Institut für Europäische Ethnologie der Universität Wien durchgeführt. Und das Ganze ist Teil eines internationalen EU-Forschungsprojekts, das den Titel Free trägt. Die Idee für das Free-Projekt kam eigentlich von Kollegen aus verschiedenen europäischen Ländern, vor allem von den Kollegen aus Frankreich und aus der Türkei, die so ein bisschen den Grundstock für das Projekt gelegt haben. Und ich bin dann als ethnologischer Teil etwas später zu dem Projekt gestoßen und für mich besteht der Reiz einfach darin, dass wir uns in unserem Fach in der Europäischen Ethnologie, Kultur und Typologie mit Alltagskultur, mit Identitäten beschäftigen. Und Fußball ist nun mal für sehr, sehr viele Menschen in Europa, aber auch weltweit ein unglaublich wichtiger Teil ihrer Alltagskultur, ihres Alltags. Und unter dieser Prämisse ist es für mich klar, dass die europäische Ethnologie ein ideales Fach ist, um sich mit Fußball zu beschäftigen. Und wie sind Sie jetzt vorgegangen oder was waren die Ziele von Ihrer Vorschung? Wir in Wien, wir untersuchen speziell sekundäres Fantum, also das bedeutet, inwieweit Fußballfans anderen Mannschaften auch ihre Unterstützung geben, weshalb Österreich ein besonders interessanter Untersuchungsort ist. Gerade bei der EM haben wir jetzt auch gesehen, Österreich hat nicht Teil genommen, aber natürlich schauen Fußballinteressierte Personen trotzdem zu. Aber für welche Mannschaft sind sie? Sind sie für Deutschland, sind sie für Spanien, sind sie für Italien? Und daran versuchen wir herauszufinden, nach welchem System läuft das ab, nach was für Wahrnehmungsvorstellungen und nach was für Dynamiken werden solche Identitäten gebildet. Und gibt es schon Ergebnisse zu jetzt im EM oder zu wem halten die Österreicher tendenziell? Gibt es irgendwelche Muster? Ergebnisse haben wir jetzt in dem Sinne noch nicht. Wir hatten eine Feldforschungsgruppe für die Europameisterschaft, auch mit Studierenden hier vom Institut. Und gestern haben wir uns alle gemeinsam wieder getroffen und so unsere Erfahrungen zusammengetragen und sind da jetzt sozusagen noch in einem ganz frühen Stadium. Wir haben ja erst am 1. April hier am Institut angefangen mit dem Projekt und wir sind noch so in der Sondierungsphase und haben da jetzt noch keine konkreten Ergebnisse. Ich glaube, was ein wichtiges, nicht wirklich Ergebnis ist, aber was sich auf jeden Fall ganz deutlich zeigt und auch unsere Vorannahmen bestätigt, ist, dass Fußball wirklich nicht nur was mit Fußball zu tun hat, sondern dass es ein ganz, ganz weites Feld ist, wo ganz viele verschiedene Faktoren Einfluss haben. Also zum Beispiel, wenn wir eben, wie Nina gesagt hat, uns sekundäres Fandom anschauen, uns anschauen, wen unterstützt jemand, wenn die eigene Mannschaft nicht dabei ist, dann hat das nicht nur damit was zu tun, ob jetzt man tatsächlich vom reinen Fußball ausgeht, sondern dann hat das ganz stark was damit zu tun, wo sehe ich mich selbst, welche Stereotypen bringe ich mit, vielleicht war ich in dem betreffenden Land auch mal in Urlaub. Also es spielen ganz viele verschiedene Faktoren eine Rolle, die sich nicht allein auf Fußball beschränken, sondern die historisch, sozial, politisch, kulturell bedingt sind und das ist die spannende Dynamik, um die es uns geht. Ihr Feldforschung bedeutet jetzt, Sie waren beiden Fans vor Ort, oder? Wie kann man sich das vorstellen? Also unsere Forschungsgruppe, wir haben verschiedene Feldforschungen durchgeführt, in Polen, in Deutschland und in Österreich natürlich. über die EM und das sieht dann wirklich so aus, dass wir teilzune Beobachtung machen, in Public Viewing-Orten, in Kneipen, überall dort, wo Fußball irgendeine Rolle spielt und kommuniziert wird. Und hier in Österreich haben wir dann natürlich auch in verschiedenen Kneipen oder Bars, um zuzuschauen. Wir sind international, wir sind aber auch interdisziplinär, wir sind in verschiedene Work Packages eingeteilt. Es gibt Historiker, die sich mit der Frage nach der europäischen Dimension von Fußball aus einer historischen Perspektive beschäftigen. Die schauen sich zum Beispiel an, wie ist die Geschichte des Fußballsports in Europa. Die schauen sich aber auch an, wie werden kollektive Erinnerungen weitererzählt, wie werden die auch medial repräsentiert. Stichwort Cordoba, Stichwort Wunder von Bern oder wie Rudi Völler einst von den Holländern angesprochen wurde. Also wie solche Sachen erzählt werden und da merkt man auch schon, dass das ganz stark mit unserem Fach auch sich überschneidet. Weil wir uns natürlich dann auch fragen, wie das Erzählen von solchen kollektiven Erinnerungen dann wieder auch Identitäten bildet, wie das wiederum das eigene und das andere konstruiert. Es gibt die Politikwissenschaftler, die schauen sich das Ganze eben aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive an. Es wird einen großen Online-Survey geben, es wird Telefonumfragen geben, die von den türkischen Projektpartnern geleitet werden. Dazu kommt, dass der britische Projektpartner, EU-Fans-Politikwissenschaftler, sich das Ganze aus einer Governance-Perspektive anschaut. Also das europäische Sportmodell, wo es dann eben auch in so Sachen wie Spielerverkäufe und inwieweit Fußball auch von der EU-Seite oder von europäischer Ebene reguliert wird. Und dann gibt es die Soziologen, die sich das eben aus soziologischer Perspektive anschauen. Und darunter besonders Gerhard Pfister in Kopenhagen, die sich das aus einer Gender-Perspektive anschaut. Und dann gibt es eben uns und den polnischen Projektpartner in Poznan und wir sind das Work Package Anthropology of European Football.